Hallo Leute, ich bin 2,3 in Ordnung von Salzburg zu sehen. Ja, ich bin gespannt ob ich jetzt die Leistungen wieder bringen kann. Die beste Gruppe ist wieder am Start, Alter. So sieht's nämlich aus. Die sind durch, die sind durch, zwei sind durch. Aber da fehlt doch noch einer. Steppt doch nicht wie ein Wal. Ey, steppt doch wie ein Wal. Der rushed einfach full durch. Ja, die Gau rein. Machen wir einfach nur so einen One-Tip geben. Ja, weg damit. Ey. Ich auch noch eine Runde. Echo. Kauf oder Echo? Bei einem Gewinn kannst du kaufen. Okay. Nein, den P9. Mit allen Granaten. Ich hätte eigentlich schon wieder Bock auf einen Titan. Ja. Falsches geht. Hintun. Aus! Nein! Digga, die sind komplett durch. Ich drehe mich um. Einer. Ich drehe mich um. Ich drehe mich um. Ach Digga. Ich... Ich... Ich rauche eher hoch ein. Ich höre mich ein bisschen. Ja, ich höre mich doppelt. Ja, ich auch. So, ich geh noch voll weg, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, bro. Okay, bro. Ach, Digga. Das war Timing. Ey, sagt. Eins gegen eins. Hat der einen großen? Nee, hau rein. so gesehen also ich habe mir trotzdem mal eine pistole gekauft es ist so scheiße jetzt der schule ich schieße dann direkt headshot kassiert ich hoffe sie wollen in der frühe Mitte durchpushen ich weiß wie der raum heißt büro so 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 ich fühle doch den push jetzt wieder her so 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 Oh, du Scheiße. Okay, Bro, entschuldigung. Letztes Paper. Paper. Ja, gut, man hat durch die Wall geschossen, nice. Ich hoffe, Tim ist nicht verletzter. Gib mir aber auch ein Dreckenbrett, Alter, ist klar, Bruder. Ja, ein bisschen viel, ich hab ein bisschen viel, gell? Ach, Digger, die Smoke ist wieder an dem Türraum abgeprallt von mir. Oh, Digger, die Flash. Da war definitiv einer. Jetzt? Hallo, Ace, 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 Jungs, Ace. Paper. Ach, Mann. Jungs, den muss man nur noch einmal anrufen, wenn ich das nicht tun muss. Sag ich doch. Digger, Ace, Ace, Jungs, Ace. Digger, okay, Bro. Ja, weil der Orangstück fast gekillt hat. Oh, geil. Ey, ich bin wieder Erster, uh. Tyler, letzter, hau rein. Ey, ich hab sieben Kills. Ich mach dir schon mal eine Kills, alles gut. Ey, ey. Was machst du denn? Warum willst du nicht geschnuddeln, Benni? Ja, doch eigentlich schon. Ey, der ist durch. Ey, ist durch. Die Granate ist aber richtig weit gerade geflogen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Jetzt gucke ich auf den Letzten. Au, ein Toil. Long, drei, eins. Witz. Sag ich. Sag ich. Ich bin beide los sogar. Ach, schlösser. Ach, Mario. Ich glaub da chillt wieder jemand Papern. Schau mal aus, als wir auch, ne? Wie, wer im Arf? Nee, Papern. Weil der Papern, Papern chillt. Weißt du was? Hey? Hm. Ah. Tot in drei. Okay. Konferenzraum. Boah, geil, Mann, man bekommt sogar DLCs zu den Spielern zu, Mann. Boah, ich hab noch alle DLCs geholt. Was DLCs du? Boah, ich hab drei DLCs. Hoffen. Nicht schlecht. Nee, eins. Das ist echt. Ach, Gott. Einer durch. Oh, das ist jetzt gut. I'm on final. Ja. Einer hinten. Ich bin schon zu schwer durchgekommen. Da ist noch einer durch. Oh, sie sind direkt weg. Gerust. Nein. Nee, von uns. Von unserer Seite. Ja, die sind über long und dann... Flaschbein. 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 Eieieiei. Hab ihn. Schön. Jetzt musst du mal den anderen killen. Der raucht bestimmt wieder in seinem Paper-Raum. Jo. Soll ich losgucken? Geil, zwei, eins. Eins, der ist tot. Oh Gott, der ist weg. Der ist weg. So ein Lockolalle, Alter. Ach so. Du hast mir noch eine Kugel, du Held. Vor allen Dingen noch 19 Sekunden. Hey, ich weiß nicht was du machst. Soll ich losgucken? Ja, Digga, geh! Jungs, du hast keine Zeit. Oh, Digga. Ach, Digga. Ach, Digga. Schade. Und die haben die Arme. Es liegt ja. Jetzt wird die Auge rausgepackt. Bei Penny heißt es direkt Auto-Sniper. Tja, die letzten Runde. Oh, das war eine Flashbang. Wuppala. Ja. Erst mal die Mengen kriegt Flashbang. Oh, Stolz. Oh. Ich hab mich selbst getötet. Alter. Oh, Mann. Dann nehmen wir mal die Auge-Sniper, ne? Dann haben wir auch erstmal Törfel. Ja, da kam einer reingepusht. Dann sind die Grenate geworden. Dirk. Wollte das Smoke weggehen? Ja, danke. Ja, Marvin, hör mal aus. Das ist das Smoke, Alter. Timing ist alles. Ach, der steht mit A auf. Long, Alter. Ja. Der ist einfach alles in Paper rein. Was ist mit dem, Falsch? Oh, Mann, welcher. Ja, schön. Oh, jetzt ist der klingt... Okay, das ist wohl schön. Das kommen mal wieder. Ich hab's dir gesagt, aber du machst ja nix. Boah, wir sind die Diäle-Gang. Da ist einer. Oh, der Hit ist mir nicht klar. Ah, okay! Okay, Digga! Headshot durch die Wand, okay! Long. Abwein. Hau rein. Zwei Hit auf Long. Hau rein. Ach, Digga! Letztes Paper. Paper. Könnte Confuse Rom mit sein. Ja. Ziem, Digga! Das war auch gut in den Kildstil. Nein! Ach, Mann! Jetzt hab ich's... Leck, Eier! Der, Dusken! Ah, hey! Da ist mir raus! Okay, Bro! Okay, okay, okay. Okay! Oh Gott, da stehen ja drei Leute oder so. Einer ist drin. Einer ist drin. Einer ist drin. Einer ist drin. Zumteiler, gestern. Ach, Digga! Der Bruder, Bodyball. Na, der hier ist halt auch so. Was ist denn? Ich hatte ein HP oder so, ich war nicht full live. Also, wo du in den Rücken zugedreht hast, warst du noch full live. Das meine ich. Ja, aber du warst full live. Alles gut. Ja, ich wurde gerade vorhin angepopelt von dem. Ja, wo du ihn in den Rücken zugewandet hast. Ich werfe dir mal direkt hier viele Granaten ins Maul. Aha. Auch rein. Auch rein Nummer zwei. Ah. Ich wollte gerade sagen, auch rein Nummer drei. Ich weiß nicht, weil ich es feit nicht. Nein, als ob der mich da sieht. Digga, der ist blind. Wie kann der mich töten, der Moro? Ich habe keine Ahnung. Eine Runde cheaten. Ach, zwei. Long. Hau rein. Komm, der andere will doch auch noch. Deine Ace. Deine Ace. Ja, ich kann auch noch. Nein, ich kann auch noch nicht mehr sehen. 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 Nein, ich kann auch 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 nicht mehr sehen. idioten sohn scheiße ich muss mal kurz mal ein buch ausmachen ich höre nichts ich habe die messer können sind sie in company got in Oh! Oh! Oopsie! Alter Scheiß, die Wand holen wir an. Das müssen wir jetzt gewinnen, ne? Hau rein. Der ist komisch mit seinen Zahn-Kofilbild. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er auch im Mittelfarm durchgesteppt und kommt gleich hinter dir. Na gut. Der Mars ist immer Kollateralschaden vorprogrammiert. Joa. Die meiste Scharfschützenhilfe. Warte mal, das war doch ne gute Runde, Leute. Hey, ich hab mir doch nicht gefallen, noch drei bis zur nächsten Folge. Tschüss, oder? Tschaui.